Kate Middletons jüngste Botschaft zur Unterstützung der ukrainischen Truppen löste bei königlichen Experten einen Rückruf aus, als Meghan Markle 2019 dasselbe tat und dafür Kritik erhielt. In der jüngsten Botschaft von Prinzessin Kate an die Ukraine weist ein königlicher Experte darauf hin, dass eine ähnliche Tat von Meghan, der Herzogin von Sussex, nur gegen Reaktionen hervorrief. Der königliche Experte in Newsweek, Jack Royston, bemerkte, dass die ehemalige Kate Middleton eine Liebes- und Unterstützungsbotschaft auf Kisten mit Hilfsgütern geschrieben habe, die kürzlich an die Ukrainer an der Front verschickt wurden. Wir denken alle an dich, schrieb Kate auf alle Kisten. Royston bemerkte, dass die Reaktion auf die Botschaft von Prinzessin Kate durchweg positiv war, und ihre Wähler gurrten darüber, wie, nachdenklich, die Prinzessin mit ihrer Botschaft umgegangen sei. Warum war der Empfang also nicht derselbe, als Meghan Markle, die Herzogin von Sussex, im Jahr 2019 ähnliche Nachrichten an Frauen schrieb? Während eines Besuchs bei der Wohltätigkeitsorganisation Warn25 in Bristol im Südwesten Englands schrieb Markle unterstützende Botschaften auf die Seite von Bananenpackungen, die an Sexarbeiterinnen verteilt werden sollten, schrieb Royston, der feststellte, dass Meghan Markles positive Botschaften funken weckten Rückschlag. Die bekritzelten Bananen ändern nichts. Nicht, weil sie bald braun werden und auf der Mülldeponie landen. Nicht, weil Frauen auf der Straße bei Minustemperaturen überhaupt Bananen essen wollen? Royston erinnerte sich an die damalige Berichterstattung über die Herzogin. Royston bemerkte auch, dass der ebenso bösartige Säulenraum, den Pierce morgen zur Verfügung gestellt hatte, die Herzogin von Sussex noch weiter zu Selbstmordgedanken trieb.